Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur heutigen Verleihung der ersten Honorarprofessur an der MHMK. Mein Name ist Kastelos Kolo und auch ich als Leiter des Studiengangs Medienmanagement möchte Sie ganz herzlich zum MHMK-Symposium anlässlich der Verleihung der Honorarprofessur an Dr. Markus Englert begrüßen. Lieber Markus, wir freuen uns auf sein Vorfahren. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Kollegen, aber insbesondere liebe Studentinnen und Studenten. Ich denke, das ist das Wichtigste und das ist letztendlich auch die Motivation, warum ich hier stehe. Konvergenz ohne Medienbruch, das ist ein Riesenvorteil, ein Riesenschritt nach vorne. Es ist, dass während der Ausstrahlung von Germany's Next Topmodel die Nutzung der Inhalte im Netz massiv anspringt. Das Fernsehen schafft kollektive Erlebnisse. Fernsehen ist kein Auslaufmodell. Kennen Sie Frank Zappa noch? Hybrid heißt also die Zukunft und die McLoonische Hybrid Energy wurde real. Da wird sich schon etwas verändern, ich bin mir ganz sicher. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen bezweifeln. Und eine meiner aktivsten Facebook-Freunde ist meine Mutter. Nur zu sagen, ich produziere Bewegtbild und strahle das aus, das ist eine Definition, von der ich glaube, dass sie nicht fortbestehen wird. Die Marke wird auch weiterhin eine große Rolle spielen. Die Dinge, die da wirklich gut laufen, sind Marken, die man eigentlich kennt und das sind Marken, die in der Regel aus dem Fernsehen kommen. Im Namen des Senats der Hochschule für Medien und Kommunikation heute den Titel Professor Verleihen. Professor Dr. Englert, ich gratuliere Ihnen. Applaus